Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, der 26.08.2018 um 11.06 Uhr. Und wettertechnisch sieht es ganz gut aus draußen. Blauer Himmel, vereinzelt Wolken, aber nicht grau und grau wie gestern. Das hilft auch meinem Kopf ein bisschen, dass es nicht so drückt. Und ich werde so in einer halben Stunde, so gegen halb zwölf werde ich anfangen mit streamen heute. Ich denke mal erstmal Fortnite und dann mal gucken, was der Rest des Tages so bringt. Und ich verdecke schon wieder den kleinen Tarnes und den Schriftzug-Tarnes. Verdecke ich auch. Das ist nicht gut. Ja, ich habe heute schon einige Fotos gesehen von Leuten, die, naja müde oder nicht müde, in ICEs sitzen und zurück von Köln nach Berlin oder Görlitz oder Dresden oder wo auch immer hinfahren. Gamescom ist vorbei. Mehr oder weniger heute ist der letzte Tag, aber der Großteil der Leute, die ich kenne, sind auf dem Weg zurück nach Berlin und müssten mittlerweile eigentlich auch schon angekommen sein. Ich meine, wenn sie um vier, um fünf im Zug sitzen, mehr als fünf Stunden, sollte es eigentlich nicht dauern, von Köln nach Berlin zu kommen. Ich rede natürlich von den Kollegen von Freaks4U. Und der Buff ist, glaube ich, heute auch um vier oder vier Uhr dreißig mit einem wunderschönen Bild bei Instagram im Zug gewesen. Ich bin tot, das war super, aber ich bin tot. Die werden alle hundemüde sein und dann wahrscheinlich heute den Tag damit verbringen, sich zu regenerieren. Ja, äh, ich werde, wie gesagt, in 20 Minuten etwa den Stream anschmeißen, ein bisschen Fortnite spielen und dann mal gucken, was der restliche Tag noch so bringt. Äh, zu Ghost, das Musical, gehe ich nicht mit. Stefan hatte noch mal gefragt gestern, ob ich Bock habe, aber hält sich so in Grenzen, das Interesse. Und ansonsten muss ich heute noch einen Kuchen backen, einen russischen Zupfkuchen und vielleicht mache ich auch noch den Mandarinkuchen für Dienstag. Äh, aber ich denke, der russische Zupfkuchen ist erstmal der, der wichtiger ist, denn morgen kommt eine Kollegin wieder ins Büro, die jetzt drei Wochen Urlaub hatte, mittlerweile 50 Jahre alt geworden ist. Und da braucht man natürlich einen Geburtstagskuchen. Ja, und das ist es soweit erstmal von mir. Äh, ich melde mich in ein paar Minuten wieder über Twitch und oder YouTube mit einem kleinen Sonntag-Vormittag-Mittag-Sonntag-Mittag-Stream. Und ich würde mich freuen, wenn die eine oder der andere Zeit und Lust hätten, vorbeizuschauen. Also, dann, äh, bis demnächst. Bis bald, bis morgen, bis gleich, wie auch immer. Bis dann. Tschüss.